Herzlich Willkommen bei diesem Online-Kurs für mehr Selbstliebe, Selbstachtung und Selbstbewusstsein. In diesem Kurs werden wir drei große Bereiche des Lebens abdecken. Einmal den großen Bereich Selbstliebe für den Körper, den großen Bereich Selbstliebe für meine Gedanken und den dritten Bereich Selbstliebe und Gefühle. Ich bin Astrid Fiedler, ich bin seit 20 Jahren Image-Coach, ich bin Achtsamkeitstrainerin und Selbstliebe-Coach und außerdem bin ich Trainerin für gute Umgangsformen. Und zu den guten Umgangsformen gehört natürlich auch der gute Umgang mit uns selbst. Ich freue mich sehr auf diesen Kurs, ich freue mich sehr darauf, das anbieten zu können, denn in meinen Seminaren werde ich immer wieder gefragt zu unterschiedlichen Themen und es wird immer wieder gesagt, Mensch, dieser und jener Tipp haben mir gut geholfen oder diese oder jene Erfahrung von dir selbst haben mir gut geholfen. Also in diesen Kurs fließen dann auch meine eigenen persönlichen Erfahrungen ein. Es wird ein sehr persönlicher Kurs, ich bin auch ein bisschen aufgeregt, so sehr habe ich mich noch nie gezeigt, aber ich habe beschlossen, das in die Welt zu geben, denn das ist mir ein großes Bedürfnis, so viele Menschen wie möglich mit diesem Thema zu erreichen. Gerade in dieser heutigen Zeit ist Selbstliebe immens wichtig, denn da, wo Selbstliebe ist, kann kein Hass sein. Fühle dich herzlich eingeladen, dabei zu sein, in der nächsten Woche geht's los. Ich freue mich sehr darauf, wenn du dabei bist. Schreib auch immer gerne unten in die Kommentarfunktion deinen Kommentar, worauf du dich freust, was du erlebt hast in der Woche, was dir wichtig ist zum Thema Selbstliebe und ich nehme das gerne auf in meinen Videokurs. Für diese Woche erstmal alles Liebe für dich. Ich freue mich sehr auf unsere gemeinsame Zeit.